So, da sind wir wieder. Und wir haben sehr viel geschafft. Wir haben erstmal alle, na, hier, alles. Da war was? Nein. So. So, was machen wir? Wir müssen mal schauen, was die MAM noch braucht. Da waren wir noch nicht durch, aber das brauchen wir einfach nicht. Deswegen müssen wir das auch nicht reinschreiben, weil... Carterium waren wir noch nicht fertig. Was brauchen wir? Motoren. Müssten wir eigentlich noch ein paar haben. Achso, ne, das sind die, die wir haben. Was ist das andere? 50 davon. 100 davon. Strommassen im K3 wäre gut. Supercomputer brauchen wir. Ah, das ist doof. Müssen wir noch ein bisschen warten. Und dafür brauchen wir... Na komm, dann zeig's mir doch. Ah ja, gut, okay. Das ist es aber nicht. Blütenblätter haben wir alles. Mit Selium haben wir alles. Nährstoffe haben wir alles. Elektroschnecken brauchen wir hier noch. Immer noch. So, Quarz. Signalsuche. Kosten. Boah. Das Ding da brauchen wir eigentlich nicht. Schwefel haben wir alles. Aber wo kriegen wir... Ah, da ist es wahrscheinlich. Das heißt, wir brauchen dafür auf jeden Fall den. So, das heißt, 50 von diesen, was auch immer, KI-Begrenzern, ne? Schauen wir doch mal rein. Ne, das sind nicht High-Speed-Anschlüsse. Die brauchen wir. Katerium haben wir genug. Was ist das? Platinen. Ja, toll. Platinen haben wir aber auch irgendwo noch übrig. So, jetzt mal, wie viele Handschlüsse brauchen wir? Erstmal nur für... ...den. Ach komm, zeig doch her. So. 50 davon und 50 davon und 50 davon. So, davon brauchen wir mal eine. Das heißt, wir brauchen 100 davon. 100 davon, gut. Die haben wir doch irgendwo, oder? Das ist okay. Ähm. Ah, da fehlt Kupferblech noch. Hm. Wir brauchen hier nur 100 davon. Das ist okay. So. Also, davon brauchen wir... Davon können wir jetzt schon 100 machen, ne? Das heißt, noch nicht ganz, weil da fehlen uns natürlich noch ein paar... Bisschen Katerium. Hallo? Was fehlt? Nicht genug Mittel. Ah, oh ja. Jetzt schon. Oh, davon brauchen wir einen ganzen Arsch voll. Haben wir noch ein bisschen... Katerium, wo haben wir das denn? Katsch sprengen. Ja, genau. Katsch sprengen. Sollten wir eigentlich relativ schnell hinkriegen. Dann können wir gerade mal schauen, wo gehen die Computer rein. Äh, da wird es jetzt ein bisschen eng schon mit den Computern. Oder? Aha. Ach, den Ding brauchen wir auch immer persönlich rein, ne? So. Hm. Wieviel haben wir davon jetzt inzwischen? Kommen wir da dran? Ne, da kommen wir nicht dran. Ich vergesse es immer wieder. Der ist ja gut. Wir haben davon 36. Ja, da brauchen wir noch ein paar Computer. Mhm. Egal. Diese Richtung gut. Ja, ist ja gut. Finden wir doch gleich mit dem Ding? Na, egal. Sproing. Sproing. Was ist das? Wieso sind da 14 von diesen Dingern? Achso, ja. Äh, was machen wir damit? Ach, die kommen da raus. Ich bin ja doof. Und woran hängt's? Davon immer noch. Egal. Wir optimieren demnächst weiter. Katsch sprengen. Die Richtung. Wir schnappen uns jetzt mal mengenweise Katerium. Und dann müssen wir wieder die lange Fahrt machen für den Computer, so dass wir den Supercomputer haben. Weil dann, ja, dann haben wir noch was. Und das lässt uns auf eine tolle, lange Reise gehen. Und das wollte ich eigentlich heute machen. Ich wollte zwei Sachen machen. Und ich wollte einmal das Quarz anbinden. Womöglich sogar mit... Mit... Ähm, ja, einer Zugstrecke. So, wie viel brauchen wir davon? Hm. Ja, erstmal, wo viel. Das reicht ja. So, und jetzt... Oh, ist das da? Ah. Aha. Okay, hier ist irgendwie Kupfer. Die machen immer noch das hier. Genau. Jo. Das da ist wieder am... Warum? Woran hängt's? Das hängt gar nicht. Alles klar, die machen einfach... Was haben wir hier? Da ist wahrscheinlich nix drin. Nein. Und die bauen immer noch Motoren. Wie viele Motoren haben wir? Boah, das ist ja dafür, dass wir die schon verbraucht haben, gar nicht mal schlecht. So. Eigentlich will ich doch nur zu meinem... Ohr. Und hier, wie geht's da? Komm mal lassen. So. 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 Und weiter geht's. Wie viel haben wir? Sechs. Wir brauchen hundert. Sag nicht, ich hab nur Katerium für 50. Quatsch, das ist... Nein. Und, 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 und. Na gut. Es ist zu wenig Katerium. Das wird teuer. Naja. Ähm. Ja gut. Kabels ist jetzt nicht das große Problem. Ähm. Was ist das denn? Hallo? Ernsthaft? Der macht viel zu langsam. Obwohl er genug hat, macht er von denen. Und die da sind nicht richtig angewunden. Tu das ganz im Ernst. Das ist jetzt echt... Geht gar nicht. Also. Wir... Wie ging das? Nein. So. Förderbrand Mk2. Genau. So. Ähm. Was ist das? Und jetzt? Warum? Bin ich blöd? Ähm. Ich... Ich verstehe. Mhm. So. Nochmal. Und jetzt? Mhm. Logistik. Mhm. Moment. Ich habe eine Idee. Wir müssen es anders machen. Ich dachte, das geht so ohne weiteres. So, wir machen die mal da rein. Dann machen wir das weg. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum es daran immer noch fehlt. So, dann. Das müsste passen. So, das passt nicht. Ach, wie ich es hasse. Nein, 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 nein. Nee, das ist falsch. Okay. Das muss ich irgendwie noch lernen. Das ist echt furchtbar. Das ist... Mal gucken. Das ist richtig. Und das ist richtig. Und das. Was? Ach, komm jetzt. Warum haben wir da überhaupt so ein Ding dahin stehen? Das ist doch Quatsch. Das wird doch alles sofort von hier... So, jetzt. Na toll, weißt du? Naja, egal. Ich wollte Kabel holen. Tja, man sollte Dinge, die man macht, auch überprüfen. So, lass mal ganz kurz gucken, wie viel... So, 21 haben wir. Wir brauchen 79. Dürfen nur 30 machen? Okay. Okay. Warum? Woran hängt's? Was ist das Problem? Das könnten Kabel sein. Aber noch mehr ist das Katerium. Das ist doch furchtbar. Aber das macht uns auch wieder gut viel Platz. So, jetzt... Ja. Schnell gucken, ob wir hier noch ein bisschen Katerium haben. Wir brauchen ja nicht viel. Katerium-Draht natürlich. Und wir brauchen irgendwann eine endgültige Logistik. Das da ist ja furchtbar. Hätte ja sein können. Hier ist alles voll Katerium. Aha, super. So. Und wir rennen. Ich meine, wir haben ja wirklich genug, ne? Upsi. Mhm. Das Ding ist schon toll. Und ich glaube, so eine endgültige, so eine 100% Logistik werde ich eigentlich keine mehr bauen. Das heißt, wobei ich die für Atomkraft verbrauche. Jetzt müssen wir ein bisschen Katerium wegschaffen, um nochmal Platz zu machen für Kabel. Das heißt, wir brauchen keinen Platz zu machen für Kabel in dem Sinne, weil wir ein paar Sachen haben, die wir ja auch ganz gut erstmal wegmachen können. Die Miner brauchen wir im Moment nicht. Wo sind eigentlich die anderen Tickets? Die habe ich noch gar nicht ausgedruckt, ne? Die Staturen brauche ich im Moment auch nicht. Die da brauche ich im Moment auch nicht. Lass mal schauen. Da ist so viel drin, was wir nicht brauchen. So, egal. Aber das müsste jetzt für die Kabels eigentlich reichen. Ja, Quats von hinten, genau. Klingt auch seltsam. So. So, wie viel können wir noch machen? Also können wir mal hier das da machen. 40. Woran hängt es denn jetzt schon wieder? Wir brauchen aber 49. 40. Das ist mit dem Kabeln. Das ist aber nicht das Problem. Gott sei Dank. Wisst ihr mal, ich wollte auf Erkundungstour gehen. Und dann, ich wollte auf Erkundungstour gehen. Und dann, ich wollte auf Erkundungstour gehen.